Hallo! Hallo! Oh, grüß! Herzlich willkommen! Hallo, ich freue mich! Wer bist du? Stell dich mal vor. Ich bin Amber und ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus Holland. Aus Holland! Ich höre ein bisschen ein Akzent. Ich habe natürlich gar keinen Akzent. Nein! Ich höre ein bisschen Akzent, aber dein Deutsch ist auch sehr gut. Ja, ich habe geübt. Ich habe auch geübt. Warum? Nord-Bravo und Eindhoven. Nord-Bravo und Eindhoven. Was hast du eine liebe Stimme? Dankeschön. Du bist richtig süß. Hast du Vorbilder? Welche Songs magst du gerne? Wie ein bisschen über deine Musikkarriere bis jetzt? Country. Country? Auch noch? Oh mein Gott! Von Holland. Sing Country. Kann es sein, dass du ein großer Ilse-Fan bist? Ja. Ja. Ganz groß. Oh mein Gott! Ja. Na, was leuk! Ja. Super leuk! Okay. Na ja, ich bin noch ein bisschen. Okay, schön. Wie schön. Ja. Ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, wie du singen wirst. Was hast du vorbereitet? Ich habe House of the Rising Sun vorbereitet. Wow. Cool. Oh, ich bin so gespannt. Oh, ich hoffe schon, dass es gut ist. Ich bin aufgespannt. Okay. Ja, ich bin echt gespannt. So, ich bin sehr gespannt. Ich bin ein paar superheroinnen. Ja, ich bin so schön. Oh, ich bin so schön. Ja, ich bin so schön. Und wenn es nicht so schön geht, And it's been a ruin of many old poor boys and God, I know I'm one. My father was a tailor, she saw my new blue jeans, and my father was a gambling man, where thou ain't knew all these. Oh, mother, tell your children not to do what I have done. Oh, mother spends your life as in misery in the house of the rising sun. Well, there is a house, and who are these they call the rising sun? And it's been a ruin of many old poor boys and God, I know I'm one. Woo! In my dreams, I'll always see you soar above the sky. In my heart, there'll always be a place for you. Aber ich habe etwas gehört, was mich so gefällt, diese Twang kommt ja sehr natürlich, das ist nicht nur ein Trick und das ist bei so vielen Trick, aber du hast es einfach in deiner Stimme. Tobi, voller Überraschungen. Du hast viel Aussagekraft in deiner Stimme und du hast etwas ganz Originales, was mich bewegt hat, also auch so ein ganz zartes Geschöpf und aber dann ein Powerhouse, wenn es zum Singen und auf die Bühne kommt. Ich bin völlig geflasht, also ich habe gedacht, da kann jetzt nichts Großes kommen, das ist nicht möglich und dann fängst du an und hast da einen Stahl. Ich bin fast hier vom Stuhl runtergefallen. Na, was sagt ihr? Ich kann es ganz einfach mal vorneweg sagen, ich gebe dir von Herzen ein deutliches Ja. Dankeschön. Du bist etwas ganz Besonderes, das habe ich sonst noch nicht gesehen und ich denke auch, wir werden es nicht nochmal sehen. Ein Ja. So. Ja, ja, ja. Du bist im Recall. Super. Herzlich willkommen. Dreimal Ja. Hier ist dein Recall-Ticket. Amba. Amba super. Danke. Oh Gott. Echt gut. Bedankt. Bedankt. Dui, dui. Dui, dui. Dui, dui. Ich fand einfach diese Twang und diese, diese, weißt du, das Ding, das war einfach Natur. Diese Kandidat ist eine Runde weiter. Herzlichen Glückwunsch. Ihr wollt noch mehr Auftritte sehen? Ja, das kann natürlich. Schaut mal hier rein für unsere aktuellen Playlist. Wird ihr ganze Folgen sehen, dann schaut mal hier rein auf RTL Plus.